Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen. Willkommen zur neuen Folge von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Wir des Kofa sind Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen bei Fragen zur Fachkräftesicherung und Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie im Netz unter www.kofa.de. In unserem Podcast reden wir mit unseren Sofa-Gästen darüber, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln. Ich bin Jürgen Gehr und mein Name ist Nikolas Schönreich. Heute unterhalten wir uns im Kofa Podcast über die Möglichkeiten und Herausforderungen für die Teilhabe behinderter Menschen in der Arbeitswelt und darüber, wie die Digitalisierung vielleicht unterstützen kann. Wir haben den Arbeitsvisionär Frank Eilers zu seiner Einschätzung befragt. Eilers setzt sich in Vorträgen und Podcasts seit Jahren mit den Entwicklungen der neuen Arbeitswelt auseinander. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Zukunft der Arbeit und am Anfang war alles technologisch. Und dann kam irgendwann das Thema Kultur. Das hat mehr Gewicht bekommen. Da hat man sich die Frage gestellt, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wie arbeiten wir zusammen? Was ist eigentlich Arbeit? Wie definieren wir das? Und das macht man, weil es nicht mehr den klassischen Karriereweg gibt, sondern Menschen sich auf einmal anders definieren. Die nehmen auf einmal eine nicht bekannte Abzweigung. Man sagt, hups, wo sind denn die jetzt hin? Wo kommen die her? Manche erfinden sich sogar mehrfach neu. Und das wird noch mehr werden. Also die Arbeitswelt ist sehr stark geprägt durch diese Vielfalt, die wir heute schon sehen. Und das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und ist dadurch gleichzeitig das Fundament für mehr Teilhabe. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich nehme das im Kleinen wahr, dass wir durch die Digitalisierung immer mehr Inklusion erleben werden. Und wenn wir jetzt noch eine Vision entwickeln, wo wir mit der künstlichen Intelligenz hinwollen, dann wird das richtig, richtig gut. Einhergehend mit der technologischen Entwicklung zeichnet sich also auch eine Kultur der Teilhabe im Berufsleben ab und wird die Arbeitswelt vielfältiger gestalten. Daneben gibt es in den letzten Jahren eine Entwicklung, die es auch arbeitsrechtlich erfordert, mehr Menschen mit Behinderung zu integrieren. Durch den Einstellungsboom der vergangenen Jahre haben mehr Unternehmen die Schwelle von 20 Mitarbeitern überschritten, von der an sie gesetzlich vorgegeben Menschen mit Behinderung einstellen müssen. Damit nimmt automatisch die Zahl der Pflichtarbeitsplätze zu, die zu besetzen sind. Welche Möglichkeiten gerade kleine und mittlere Unternehmen haben, diese Vorgaben zu erfüllen, vor welchen Hindernissen sie stehen, welche Unterstützung sie nutzen können und wie der Megatrend Digitalisierung dazu beitragen kann, die Lage zu verbessern. Darüber wollen wir heute mit unserem Studiogast sprechen. Mareike Decker ist Expertin für berufliche Teilhabe und Inklusion im Projekt RehaDAT und neben vielem anderen auch Spezialistin für technische Hilfsmittel. Frau Decker herzlich willkommen auf dem Kofa Sofa. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Frau Decker, ich freue mich auch. Habe aber gleich mal eine Frage. RehaDAT, das hört sich ja zunächst mal unheimlich technisch an. Was verbirgt sich dahinter eigentlich genau? Ja, also RehaDAT ist das zentrale Online-Informationsangebot zum Thema berufliche Teilhabe hier in Deutschland. Das ist ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördertes Projekt. Wir informieren bei RehaDAT mit diversen Internetportalen und anderen Informationsangeboten wie Broschüren oder auch Apps rund um das Thema Inklusion in Arbeit. Themen sind zum einen Praxiswissen zur Beschäftigung oder Ausbildung von Menschen mit Behinderung, zum Beispiel zu Fördermöglichkeiten bei der Einstellung oder Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und aktuelle rechtliche Informationen wie Gesetze und Gerichtsurteile, zum Beispiel bei unklarer Kostenübernahme. Wir zeigen auch Best-Praxis-Beispiele aus Unternehmen, in denen Arbeit für Beschäftigte mit einer Behinderung gestaltet wurde. Diese Beispiele können für andere Unternehmen hilfreich sein, um eigene Lösungen zu finden und Arbeitsplätze für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Behinderung bedarfsgerecht zu gestalten. Und hier spielen dann häufig Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen eine große Rolle und daher geben wir hier einen umfassenden Überblick über hältliche Produkte und mögliche technische Lösungen für Arbeitsgestaltung. Was genau ist denn die Zielsetzung des Projekts RehaDAT? Ja, also zusammengefasst kann man sagen, dass es unser Ansatz und unser Auftrag ist, zur Landschaft der beruflichen Teilhabe in Deutschland umfassend und vor allem neutral zu informieren, also hier eine Transparenz zu schaffen. Ich kann bei RehaDAT aber keine Hilfsmittel bestellen. Das heißt, Sie sind eine Informationsplattform, wo ich mich informieren kann, wo ich Ansprechpartner genannt kriege. Sie sind kein Online-Shop. Ganz genau, wir sind kein Online-Shop. Bei uns kann man keine Produkte beziehen. Wir verweisen dann aber an die Hersteller und Vertreiber oder darauf, dass man eben die Produkte im Sanitätshaus bekommen kann, je nachdem. Natürlich Produkte für die Industrie gibt es nicht im Sanitätshaus, aber wir verweisen dann entsprechend an die Stellen. Das ist ja schon ein unheimliches Themenspektrum, was Sie anbieten. Jetzt würde mich mal interessieren, was für Anfragen und was für Suchen kriegen Sie denn eigentlich am häufigsten? Weil wir gerade von den technischen Hilfsmitteln sprachen. Könnte sein, dass da die häufigsten Anfragen nachkommen? Genau, das ist auch so. Das ist der Bereich, der bei uns am häufigsten angefragt wird. Zum einen in Bezug auf die Produkte selbst, aber auch eben zum Einsatz der Produkte und zur barrierefreien Gestaltung von Arbeitsplätzen. Gibt es Unternehmen eine Art zentralen Ansprechpartner? Wenn ich jetzt als Unternehmer mir den Podcast anhöre und mich entscheide, Mensch, da muss ich nochmal tätig werden. Ja, bei Fragen rund um die behinderungsgerechte und barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen oder Arbeitsumgebungen, den Einsatz technischer Arbeitshilfen und Hilfsmittel, da beraten zum Beispiel das betriebliche Integrationsteam und diverse externe Unterstützungsstellen wie technische Beratungsdienste, Integrationsfachdienste, Inklusionsämter, Inklusionsberatung der Kammern, also Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern oder die Reha-Beratung der einzelnen Reha-Träger, sprich Arbeitsagentur, Rentenversicherung, Unfallversicherung und so weiter. Also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Und die Ansprechpartner findet man bei Ihnen, bei RehaDAT? Genau, die findet man auch bei uns, ja. Was sollte ein Unternehmen denn überhaupt motivieren, Menschen mit Behinderung in Betrieb zu halten und in den Betrieb zu holen? Ja, dass es durchaus Fachkräfte sind und die meisten oder der Großteil der Menschen mit Behinderung sehr gut ausgebildet ist. Sie bringen ein großes Potenzial mit. Der Anteil an gut qualifizierten Fachkräften ist bei Arbeitslosen mit einer Schwerbehinderung höher als bei Arbeitslosen ohne Behinderung. Also tatsächlich sind die Menschen mit Behinderung sehr gut ausgebildet. Wir lesen und hören ja eine Menge Nachrichten, Spekulationen, aber auch Horrorszenarien, was so die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt angeht. Kommt das bei Ihnen auch schon an? Drückt sich das aus in den Themen, zu denen die Leute sich informieren wollen? Gibt es da auch so eine Digitalisierungsskepsis? Eine Digitalisierungsskepsis eigentlich eher nicht. Wir nehmen eher wahr, dass es positiv gesehen wird und dass Digitalisierung eher als Chance für Menschen mit Behinderung gesehen wird. Das ist auch unsere Sichtweise darauf. Es gibt aber auch Befragungen, zum Beispiel hat die Aktion Mensch eine Befragung von Menschen mit Behinderung durchgeführt, wo auch deutlich wurde, dass 70 Prozent der Befragten eben eher Chancen in der Digitalisierung sehen als Risiken. Also Chancen für sich direkt. Ja, genau. Welche sind das? Den größten Vorteil durch Digitalisierung sehen die meisten in der Entwicklung von Technologien und aber genauso viele sehen auch einen Vorteil dadurch, dass zum Beispiel so körperlich anstrengende Tätigkeiten durch Maschinen oder durch Hilfsmittel übernommen werden können oder auch die Entstehung neuer Berufsfelder durch die Digitalisierung wird eher als Chance für mehr Inklusion gesehen. Ja, außerdem die bessere Nutzung von externem Wissen und so weiter. Das ist ja jetzt eine ganze Menge Kopfarbeit. Wovon Sie jetzt gerade so, wie ist denn das mit, also ich sage mal so, Arbeit kann anstrengend sein. Wenn ein Körper zum Beispiel nicht hundertprozentig mitmacht, könnten da Maschinen unterstützen? Ist das auch so ein Aspekt? Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es auch schon einige Beispiele aus Unternehmen, wo zum Beispiel sogenannte, in der Industrie zum Beispiel sogenannte kollaborierende Roboter eingesetzt werden, die bei Überkopfarbeiten unterstützen und damit halt eben die Mitarbeitenden entlasten. Oder aber auch Exoskelette, das sind so Art Roboteranzüge, die zum Beispiel beim Heben und Tragen von Lasten die Beschäftigten entlasten und damit halt eben auch zu weniger Muskelskeletterkrankungen führen oder weniger Belastung auf das Muskelskelettsystem führen. Sind das dann Hilfsmittel, wo die Unternehmen auch schon explizit das Potenzial für Menschen mit Behinderung erkannt haben? Oder ist der erste Impuls, dass sich vielleicht ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten möchte? Diese Dinge werden ja jetzt nicht entwickelt spezifisch für Menschen mit Behinderung, sondern also die sind nur einfach im Nebeneffekt praktisch auch dafür da, dass Menschen mit Behinderung dann Arbeitsplätze einnehmen könnten, die sie vorher vielleicht gar nicht hätten einnehmen können. Genau, im Nebeneffekt. Die sind aber schon auch, würde ich sagen, häufig primär gedacht, um eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten und auch gesund zu halten. Also da wird wahrscheinlich wird erst der Präventive oder hat man erst präventiv gedacht und aber natürlich eignen sich diese Hilfen dann auch für Menschen mit Behinderung. Wie ist die Chancenannahme durch die Unternehmen? Gibt es viele Unternehmen, die das nutzen, ihre Erfahrungen auch, was sie an Anfragen kriegen? Sind diese technischen Hilfsmittel so breit bekannt und werden so breit schon eingesetzt, dass man dadurch einen Effekt haben kann? Oder gibt es umgekehrt Schwierigkeiten, die den Unternehmen den Einsatz solcher Hilfsmittel erschweren? Ich glaube, viele Unternehmen wissen vielleicht gar nicht um die Vielfalt der technischen Möglichkeiten. Also man hat dann vielleicht schon mal so von einzelnen Produkten gehört, aber was wirklich alles möglich ist und was gestaltet werden kann, das ist, glaube ich, nicht immer so bis ins Detail klar. Und dann ist es auch immer nicht so klar, wie die Finanzierung aussehen wird. Also die Förderungslandschaft in Deutschland ist da ja sehr komplex und viele Unternehmen wissen dann eben auch nicht, dass sie dann auch eine Förderung oder finanzielle Zuschüsse eben erhalten, wenn sie einen Arbeitsplatz oder mehrere Arbeitsplätze mit technischen Hilfsmitteln gestalten und die Arbeitsplätze anpassen. Zum einen können sich Unternehmen da auch beraten lassen. Also sie sind in diesem Prozess auch nicht alleine. Da gibt es diverse Institutionen, die dann auch beraten und in diesem Prozess begleiten. Und es gibt natürlich auch eine Förderung dafür, auch wenn man neue Arbeitsplätze schafft. Gibt es zum Beispiel eine Förderung für die Arbeitsplatzausstattung oder einen Lohnkostenzuschuss oder auch eine Begleitung durch ein Jobcoaching. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da auch Unterstützung zu holen. Das heißt aber grundsätzlich, auch Geld sollte kein Hindernis dafür sein, Inklusion im Betrieb zu betreiben. Nein, ganz genau. Also Geld ist auf keinen Fall ein Hindernis. Da muss man wirklich ganz individuell gucken. Also das ist so ein großes, großes Themenfeld. Und da ist es wirklich dann auch wichtig, im Unternehmen, im Einzelfall zu gucken, zu gucken, was braucht mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin. Wen kann ich jetzt explizit ansprechen? Welche Beratungsstelle ist dafür jetzt oder wo sind die Profis dafür? Wen kann ich da ansprechen, um auch Unterstützung im Betrieb zu bekommen und dann den Arbeitsplatz zu gestalten? Aber kann es den Unternehmen dann auch helfen, diese Vorbehalte abzubauen? Es gibt ja noch, habe ich vorhin einen relativ großen Anteil an Unternehmen, die, obwohl sie gesetzlich gesehen Menschen mit Behinderung beschäftigen müssten, sich entscheiden, diese Ausgleichsabgabe zu bezahlen. Ist das auch noch ein Resultat von Unwissen oder von Unwillen? Oder wie nehmen Sie das wahr? Und gibt es da, entstehen dadurch die Digitalisierung tatsächlich eben neue, relativ simple Möglichkeiten technischer Art, doch mehr Mitarbeiter mit Behinderung ins Unternehmen zu holen? Ich glaube tatsächlich, dass der Aspekt der fehlenden Information ganz wichtig ist, dass das ja eben häufig die Informationen dazu fehlen, was gemacht werden kann und was man, was es auch für Fördermöglichkeiten gibt. Aber durch die Digitalisierung entstehen auf jeden Fall nochmal auch Möglichkeiten, mit ganz niedrigschwelligem Ansatz sozusagen auch Arbeitsplätze zu gestalten. Also weil es muss ja häufig gar nicht die große technische Umgestaltung sein, sondern es können auch irgendwie kleinere Hilfsmittel oder eine bestimmte Software eingesetzt werden, die dann schon ganz viel erleichtert und so weiter. Gibt es da für Beispiele? Ein ganz einfaches Beispiel niedrigschwellig ist ja auch schon eine Möglichkeit, Telearbeit zu machen, also im Homeoffice zu arbeiten, was für Menschen mit einer körperlichen Behinderung eben sehr hilfreich sein kann. Wobei ich jetzt auch nicht das Homeoffice als Allheilmittel sehe, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder auch die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, flexiblere Pausengestaltung und so weiter. Also was jetzt erstmal gar keine große technische Veränderung oder die Anschaffung von neuen Technologien erfordert, sondern häufig ja ohnehin schon in Unternehmen umgesetzt wird. Was ja auch derzeit komplett in der Diskussion ist, also wie gerade zum Beispiel Homeoffice, Telearbeit und flexible Arbeit und erstmal gar nicht mit Inklusion in Zusammenhang gebracht wird gedanklich, sondern Genau. Ja, genau. Und dann, also welchen Aspekt ich noch ganz wichtig finde, ist, dass man, dass es halt immer auch noch mehr darüber, also über den eigentlichen Hilfsmitteleinsatz oder den Einsatz der Technologie hinaus zu beachten gibt. Also zum Beispiel, dass die Software in Unternehmen auch barrierefrei gestaltet sein muss. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen blinden Mitarbeiter oder eine blinde Mitarbeiterin hat, die zum Beispiel eine Sprachausgabe genutzt, sodass zum Beispiel visuelle Inhalte per Sprache ausgegeben werden und dann für denjenigen sichtbar werden, das muss natürlich auch kompatibel sein mit der Software im Unternehmen. Also es gibt schon immer noch ein bisschen mehr darüber hinaus zu beachten. Auch das, wir hatten ja eben auch über Homeoffice gesprochen, das ist, und ich habe ja da schon gesagt, das ist jetzt auch nicht so das Allheilmittel, da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, weil das wirkt ja in gewisser Weise auch nochmal ein Exklusionsrisiko, weil die Person mit der Behinderung dann eben nicht in den betrieblichen Abläufen mit drin ist, nicht irgendwie soziale Kontakte im Betrieb hat und so weiter. Also das will ich jetzt auch nicht schwarzmalen, aber ich will damit nur sagen, dass es halt wirklich auch, man muss es halt immer so als Gesamtprozess betrachten und gucken, was ist für wen geeignet und wie kann wirklich individuell eine Lösung gefunden werden, die eben für alle gut ist. Das erfordert ja wahrscheinlich auch für die Mitarbeiter ohne Behinderung gewisse Anpassungen. Ich habe zum Beispiel, die IT-Abteilung muss darauf eingerichtet sein, dass die Software und die Hardware-Infrastruktur gewisse Voraussetzungen braucht. Die Anschaffungstechnung und Hilfsmittel ist ja nicht dann abgeschlossen, wenn es, keine Ahnung, auf dem Hof steht, am Arbeitsplatz installiert ist, wie auch immer. Genau. Das erfordert ja von allen Mitarbeitern gewisses mitdenken wahrscheinlich. Ja, je nachdem, worum es geht. Wie gesagt, es gibt ja auch ganz niedrigschwellige Möglichkeiten. Barrieren durch Digitalisierung. Genau, genau. Das ist tatsächlich auch noch ein wichtiger Punkt, dass natürlich durch Digitalisierung auch nochmal Barrieren entstehen. Zum Beispiel dadurch, dass wir heute alles viel stärker visualisieren und viel stärker mit Bildern arbeiten, was dann natürlich wieder für blinde Menschen die Inklusion erschwert. Und da muss es dann halt eben auch eine Möglichkeit geben, dass das eben ja auch erklärt oder dargestellt wird oder per Sprachausgabe dann übertragen werden oder übersetzt werden kann. Genau. Und auch die höheren Anforderungen an Reaktionsschnelligkeit oder dass Arbeitsprozesse immer komplexer werden, gestiegener Zeitdruck, das kann natürlich auch nochmal irgendwie Schwierigkeiten mit sich bringen. Dann gibt es aber ja noch die, darüber hinaus dann die Extremsachen. Ich habe bei Ihnen auf dem Portal gesehen, es gibt Augensteuerung für PCs und also das ist dann sozusagen das High-End vermutlich der technischen Möglichkeiten, oder? Es gibt viele Produkte und Technologien, die die Teilhabern Arbeit ermöglichen oder ermöglichen können oder vereinfachen. Wie Sie auch gerade gesagt haben, Sprachausgaben, Augensteuerung für Personen mit motorischen Behinderungen, aber auch sowas wie Videotelefonie oder Software für ortsunabhängiges Arbeiten, das gerade erwähnte Homeoffice, die Steuerung von Umgebung und PC per Sprache und so weiter und so fort, wobei das alles Technologien sind, die gar nicht so neu sind. Also die gibt es schon seit längerem und im Zusammenhang mit Digitalisierung wird eben gerade häufig von diesen Produkten gesprochen, die ja vielleicht auch gar nicht explizit für Menschen mit Behinderung entwickelt wurden, nämlich eben diese kollaborierende Roboter oder eben diese Exoskelette, die ich vorhin erwähnt habe, aber auch der Einsatz von Apps und so weiter. Also diese Sprachassistenten, wie Alexa, Cortana, Siri und wie sie alle heißen, die wurden ja auch nicht explizit für Menschen mit einer Behinderung entwickelt, können aber durchaus deren Alltag erleichtern oder auch sowas wie Google Maps, was man dann für Dienstreisen nutzt oder Apps mit Erinnerungsfunktionen, Kalender-Apps und so weiter und so fort. Da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, um Produkte im Alltag einzusetzen. Viele Dinge, die man gar nicht unter Inklusion sieht zunächst mal. Oder Assistenzsysteme, die zum Beispiel Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dabei unterstützen können, bestimmte Arbeitsprozesse auszuführen oder die dann halt eben unterstützt und es zu vereinfachen. Mit Unterstützung des Assistenzsystems durchzuführen, wo man halt eben ganz genau Schritt für Schritt angeleitet wird und so weiter. Oder Datenbrillen sind auch so Produkte, die man immer wieder im Zusammenhang mit Digitalisierung und Inklusion hört. Genau, virtuelle Realität, genau. Bei so einer Vielzahl und Vielfalt auch an Hilfsmitteln könnte das perspektivisch ja aber auch durchaus bedeuten, wir schaffen neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Ja, genau, auf jeden Fall. Also nicht nur für die, die ich vielleicht in meinem Unternehmen habe, die durch einen Arbeitsunfall ihre Behinderung erhalten haben und wo ich als Arbeitgeber ohnehin das Bewusstsein habe, denjenigen erhalten zu müssen, sondern eben auch auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Ganz genau. Ich schaffe neue Möglichkeiten. Und schaffe auch für mein Unternehmen neue Arbeitsplätze gegebenenfalls. Genau, ja. Fantastisch, das klingt nach, ich würde nicht sagen schöner neuen Welt, sondern einer technologischen Vision, die uns viel bringen kann. Frau Decker, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Sie möchten mehr über die Chancen wissen, die die Digitalisierung für die Inklusion behinderte Arbeitnehmer bietet? Besuchen Sie unsere Webseite www.cofa.de, wo wir in unserem Dossier Inklusion gestalten, viele weitere Tipps zum Thema geben. Und auf reha.de finden betroffene und interessierte, schnell fundierte Informationen zu allen wichtigen Aspekten der beruflichen Teilhabe. Hilfsmittel, Praxisbeispiele, Rechtliches, Kontaktdaten, Literatur, Forschung, Statistik, Werkstätten und Weiterbildung. Das war es mal wieder von uns bei CoFa auf dem Sofa. Wir hoffen, Sie haben gerne zugehört und den ein oder anderen Tipp mitnehmen können. Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange finden Sie uns im Netz. Auf www.cofa.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis, verleitend zum Nachmachen. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter fachkräfte.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt CoFa auf dem Sofa? Dann erzählen Sie es gerne weiter.